Hallo meine Freunde auf YouTube, ich grüße euch. Ich habe mir jetzt die neuen LEGO S-Sets gekauft. Dann ist einmal Emily Jones und das Wind Drachenbaby. Und dann ist es noch das Set 41176, der geheime Marktplatz. Nur ist mir hier was aufgefallen, kurioserweise. Der Drache, da hat LEGO quasi einen dritten Flügel mit beigepackt. Entweder als Ersatzteil oder es war bei der Verpackung ein Verpackungsfehler, denen unterlaufen. Was mich ehrlich gesagt wundert. Aber es ist mir schon mal ein zweites Mal vorgekommen, bei dem Mercedes Arocs, da fehlte ein kleiner Steckpin. Den habe ich aber selber aus meinen eigenen Ersatzteilen genommen gehabt. Aber wie gesagt, hier so ein großes Teil, ein dritter Flügel, ist schon verwunderlich. Und ich habe schon Gedanken für ein neues Karussell. Vielen Dank fürs Zuschauen.